servus zusammen und herzlich willkommen bei monas bastelein wir sind heute bei türchen nummer 12 angelangt es wird auf jeden fall heute noch ein video kommen ein kooperationsvideo kurzer tischblitzer das muss ich noch abfilmen und dann habe ich heute festgestellt dass ich keine einzige weihnachtskarte habe und schon ein paar verschicken wollen würde das heißt ich muss noch ein paar weihnachtskarten machen und ich würde vielleicht am donnerstag mein letztes live für dieses jahr machen und da kann man ja vielleicht auch noch ein paar karten zusammen basteln da richte ich dann schon mal was her und ja aber jetzt fangen wir erst mal an ich würde anfangen heute mit der petra auf jeden fall heute wieder zwei videos wir schauen hier sind wieder selbstgemachte stanzteile und das ist ja auch schön richtig toll einhörner ich liebe einhörner dann machen wir jetzt den von der claudia auf wie gesagt das mit dem neuen rezept ging gestern hat wir haben gestern erst mal reste gegessen und überrasche jemanden mit einer kleinen aufmerksamkeit ja da werde ich wahrscheinlich der älteren dame unter uns eine kleinigkeit zukommen lassen auch hier tolle verpackungen sowas ähnliches habe ich jetzt auch gerade für die kooperation wie gesagt und da drehe ich jetzt danach gleich noch das video dazu das kommt wie gesagt auch heute online und mal schauen was mir da noch so einfällt weil alles darf ich ja nicht zeigen was ich mache das meiste ist auch geschenke was rausgeht und da möchte ich dann auch nicht dass dann jeder gleich die überraschung sehen bekommt oku in rosa ich habe die zwar schon aber ist es egal man kann von dem nie genug haben ich freue mich damit wollte ich auch noch ein video machen aber es wird wahrscheinlich nächstes jahr werden aber ich schreibe es mir auch gleich auf weil wie gesagt da wollte ich auch noch was machen gut dass ich das immer wieder sehe das sind die glitterspray dann mit den acryl ja wieder verschrieben aber egal ich weiß was gemeint ist genau das mit den kerzen habe ich schon erledigt das mit dem hexenhaus muss ich auch noch machen genau das mit dem ach ja ich muss noch einiges machen das mit globalen kommt wie gesagt jetzt im anschluss dann für euch ich muss aber erst noch abdrehen ich bin noch nicht so weit und ja ansonsten wünsche ich euch allen jetzt bis zum nächsten video ein paar schöne stunden und wer mich nicht mehr sieht wünsche ich auf jeden fall einen schönen tag und bis zum nächsten video servus